Norddeutscher Rundfunk 2021 Willst du mich verkaufen? Was mit der? Ich glaub so, why not? Ich glaub nicht, dass es mein Match ist. Ich glaub nicht, dass es mein Match ist. Schauen kann man ja. Ich hab zum Spaß gesagt, hol dir doch den Jemaine. Die versucht zu hetzen, das ist nichts anderes, weil wir Feinde sind. Hast du die Beef oder was? Vergiss das, das ist einfach so... Feindlich. Du fängst an zu hetzen. Es war doch nur Spaß. Ja, ist doch Spaß. Ich hab zum Spaß gesagt, aber ich hab nicht so gesagt, du musst das jetzt machen, sondern nur so mit einem Lächeln und hab gesagt, schau doch mal bei ihm vorbei. Es war nur ein Spaß, mein Gott. Nee, deswegen lass es aber. Sie ist doch neutral reingekommen. Lass das. Sie kann sich ja auch Dario nehmen. Ganz genau, deswegen lass dieses Hetzen. Ich lasse es. Kommt einfach neutral rein und lass es hetzen. Wie verstehen sie noch besser als du mit ihr? Passt. Sonst mach ich dich Knockout hier. Ich schwör dir das. Dann setz dich noch ein Level drauf. Ich hab nicht ein Wort über dich geredet, Mädchen. Nicht ein Wort. Und du fängst an zu hetzen schon wieder. Ich spuck dir mal in die Fresse, Mädchen. Wenn du mich noch einmal auf dieses Level bringst, ich spuck dir in die Fresse. Vor allem, Leute. Dann soll sie auch vertreten. Aber es ist zu viel. Ich hab nicht ein Wort über sie geredet. Ja, aber trotzdem. Das geht nicht. Sie kam schon zu mir und sagte, so, hat die was gegen dich? Ich so, ja. Ich hab ihr anscheinend ihr Macker. Boateng. Boateng. Aber trotzdem. Und weiter und weiter. Und dann wunderst du dich, wenn meine Fresse aufmachen. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, sie sagt so viele dumme Sachen. Wir lachen alle nur noch darüber. Und ja, that's it. Ich bin noch nicht mal. Ich bin noch nicht mal an der Bar angekommen. Und Leute kommen zu mir. Oh, die Christine und die Viktoria haben schon wieder Streit. Was ist wie los? Seit gestern schon wieder. Selbst die Vanessa kam zu mir. Was hat sie gegen dich? Was ist euer Problem? Ihr habt gedacht, wir können jetzt endlich mal nachdenken. Nein! Lassen wir mal ausreden! Nein! Können wir nicht! Alter, lass mich nicht ausreden. Ich mag dich nicht und werd dich niemals mögen, Mädchen. Aber es beruht auf jeden Fall. Warum schreit sie immer so? Und ich stehe da zwischen wie ein Schiedsrichter. Muss entscheiden, wer recht hat, wer nicht. Deswegen, dann hör auf, wieder zu sticheln. Dann hör auf zu sticheln, Mann! Warum schreist du denn? Sie reden doch ganz normal mit dir. Man kann nicht mit dir normal sprechen. Und ich als unschuldiger Mann, der nichts tut. Ach, du bist so unschuldiger. Entschuldiger. Ich hör auf zu, Mann! Ich hör auf zu, Mann! Was soll ich das sagen? Was soll ich das sagen? Ich bin, Mann! Mach CO-A-Roll,